Wie viele Führerscheine braucht der Mensch? OOOH 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 Sie kennen schon vom Film? Wochen? Ja, who's afraid of a virgin food? No, no. Shitty shitty bang bang! You want to see my Führerschein? Nur ein Autogramm für mich, please. Äh... Has Mike Stannis, oder? Hey klar, der Überseite ist ja mit seinem Treppen! Der ganz heppert! Stinke boi!